Musik Moin, hier ist der Gabriel von NerdArry.de Wir sind wieder bei Ultimate FIFA 14 Dauert immer noch so 10 Minuten um Gegner zu finden Aber ja, mal schauen Er hat ein ähnliches Team Okay, das wird lustig Das erste Spiel hatte ich verloren in der Saison Muss mit was passieren Schauen wir mal wie wir uns anstellen Kann zwar wie immer mein Pressing und so einstellen Aber man sollte aufpassen Können wir nicht auch spielen Das ist die Überraschung Das ist die Überraschung oh je Ja, ja, allgesehen ist. Wenn wir mal ein Reus ins Spiel kriegen. Da ist er. Kein Abseits. Oh, fuck. Kein Diära. 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 Sollte ich vielleicht jetzt abseits spielen. Das ist so beschätzt, ne, Junge. Vielen Dank. Hey, wie das ja schön immer grätschen macht. Sollte. Applaus 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 Ich hasse es zu verlieren oder mich Dinger zu kriegen wenn ich trotzdem selber gut spiele. Das stört mich ein bisschen, aber naja, gut, das ist halt leider so. Oh, Mann, schade. Nein! Scheiße. Ja! Ja! Komm! Komm! 거야! Das war's. 2.03 Zeit Oh man wie viel Pech muss man denn haben, oder? Dann muss ich jetzt 2.03 Zeit angreifen Aber Abseitsfalle stellen, weil sonst konntet der mich aus und dann wird die Rundung ganz schön Ich muss jetzt aber nicht sagen Und jetzt lauf, ich muss jetzt die Rundung Ich muss jetzt die Rundung In der Rundung Die Rundung In der Rundung In der Rundung mit seinem scheiß vorgekloppt kick and rush come on the lambs head of life drink good commercial good commercial good 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Schöner Schuss von Reus. Oh, man. Mann. Komm schon, Jungs. Oh, was der Held. Alter, was der einzige Linksfuß, den ich hab? Fängt er. Sehr gut, Herr Stegen. Das war zu eng. Oh, der geht mir um den Sack mit seinem Scheiß weg, ich glaube. Mensch, ich bin ganz gut. Wow. Oh, der geht mir um den Sack mit dem Sack mit dem Sack mit dem Sack. So, 83. Minute. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt noch reißen können. Das ist nicht so blöd, Müller. So läuft's schon mal. Ach, mein Gott. Das ist nicht so blöd. Das ist nicht so blöd. Das ist nicht so blöd. Also, der Rollstuhl hätte schön angenommen und mitgenommen. Oh nein, oder? Ach, wo hätte ich das gewusst? Dieser Son erscheint! Sehr gut, neunzigste Minute. Nur wie scharig. Oh Gott! Knappe Geschichte, aber wenn ich es nur entschieden rausgeholt. So, wir probieren es einfach mal, ob wir noch ein zweites Spiel hinkriegen. Ich würde ganz einfach das wie immer machen. An dieser Stelle kurz Pause. Ich suche nach einer Partie. Und sobald ich die Partie habe, geht es mit euch wieder weiter. Bis gleich! Und es geht weiter. Nach 10 Minuten Suchen haben wir gefunden. Ich musste ein bisschen auswechseln. Spiel sozusagen. Ja, da... A-B-Elf sozusagen. Also ich bin nicht komplett mit der B-Elf am Start, aber auch nicht komplett mit der A-Elf. Ich musste ein bisschen durch wechseln. Äh... Ja, schauen wir mal. Trotzdem auch hier ein starkes Team, aber es ist meistens so. Wie sieht das ganz aus? Okay. Oh! Dann ist es gegen Dante! Ich bin mit drei Stürmern. Das muss man ja eigentlich mit Absack spielen. Das ist Abseits. Scheiße. Ja, aber Alaba, da musst du aufpassen. Der Kretsch auch gerne. Aber er ist halt auch super eigentlich. Mensch, das ist keine Schade. Reusen schöner Lauf gehabt. Oh, jetzt. Der Dante ist ja nicht so mega schnell. Aber er hat Körper, der Junge. Super. Das hätte man mehr draus machen müssen. Der Dante ist jetzt auch nicht so. Oh. Boah! ne mooi ah Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mensch, ein bisschen beschissen stelle ich mich schon an. Das ist er. Der Reusen. Das ist so wichtig gewesen, der Reusen-Einkauf. 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 Oh, scheiße knapp. Oh, scheiße. So, wen könnten wir ihn jetzt wechseln? Wir reisen auf keinen Fall, Aubameyang, der für Schürrle. Hm. Das Link für Gomez und Gomez und Santoshma. Das würde mir eigentlich schon fast reichen. Für Thiago und Gündogan. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Tonie kann halt auch von überall schießen, der sagt, ja. So, aber jetzt, äh... Lamm ist draußen schön schießen, oder? Ja, genau so muss es laufen. Auf dem Fuß, genau. Sehr schön. Aaaaaah... Aaaaaah! Aaaaaah... Aaaaaah... Oh Gott, Piddel verzogen. Oh Gott, Piddel verzogen, Piddel verzogen. Oh Gott, Piddel verzogen, Piddel verzogen, Piddel verzogen. Oh Gott, Piddel verzogen, Piddel verzogen. Oh Gott, Piddel verzogen, Piddel verzogen, Piddel verzogen, Piddel verzogen. Vielen Dank.